der ist wieder für ein Tier ein Siegler gibt ja gute Informatisierung das ist aber so eine typische das ist aber wirklich so ein richtig typischer Bereich wo da irgendwo einer ist ach da muss doch ein Hei sein Wetten Siegler ist jetzt wieder kein Ort wo ein Hei sein Wetten 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 Wenn ihr jetzt das nicht findet, machen wir die Mission ohne zu reden, und einfach noch kurz skippen, bis ich diese Drecksmission habe. Ohne Spaß, weil, Alter, normalerweise, da kommst du mal wieder ins Wasser zu irgendein Scheißschiffswrack, irgendwas etc., wo Schätze sind. Plötzlich sind sie einfach nicht mehr da. Plötzlich sind sie einfach nicht vorhanden, ja. Was ist das für Pech gehabt? Alter, bin ich jetzt gerade wieder richtig verwirrt? Oh, die bocke ich mir auch gleich mal aus. Dankeschön. Alter, auf sowas habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Jetzt ganz ehrlich. Da habe ich mich in der Tat muss zu beschwert, warum die Mission da vorne zu kurz war, und jetzt ist es wieder zu lang. Hm, das ist die Bestrafung fix. Äh, ne, schau, da haben wir gleich noch einen. Warte, sind wir da? Äh, okay, irgendwie haben wir da quasi mal markiert, aber gut. So, wir tun einmal nur mit dem Bogen. Nur mal mit dem Bogen. Nicht, dass wir da irgendwie was verletzen, etc. Wir brauchen eh nur eins. Wir brauchen eh nur eins. Hammer? Oh, das Fleisch, weiches Leder. Hm. Schaut wieder schlecht aus. Am besten wäre es auch noch, wenn sie auf der gleichen Insel gewesen wären. Löwe und Hai. Aber ich hätte einfach nachgefragt, wo Hai und wo Löwe und wo ich die ganze Scheiße finde. Wieso? Okay, ja, ich habe mir wirklich selber eingeschissen. Aber jetzt wirklich hardcore mäßig selber eingeschissen. Aber voller Wisch. Wirklich voller Wisch. Na gut, ähm, Tierbau. Ja, schön und gut. Aber ich würde halt gerne wissen, was das halt für ein Tier ist. Wenn ich schon. Oh, Kultist Ältester. Hm. Interessant. Dass da auch sowas gibt wie Ältester. Interessant. Ähm, ja, Fähigkeiten haben wir ja dann auch noch. Ja, voll. Schiff. Ähm, Söldner Kultist. Mich wundert, mich wundert's jetzt eigentlich ganz. Warte kurz. Ähm. Ähm. Oh, das ist die Kapitel. Nein. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Versperrt. Die Reiter kommen. Auch nicht. Nebenquests. Die Reiter. Die Reiter. Die Reiter. Die Reiter.